Die kleine Meerjungfrau erzählt von Nina Kunzendorf Im Hafen von Kopenhagen steht ein berühmtes Denkmal. Oh, Gän! Denkmäler sind langweilig, findest du? Nun, gerade dieses finde ich großartig. Es ist wunderschön und sehr berührend. Es ist das Denkmal einer kleinen Meerjungfrau. Sie sitzt auf einem großen Stein und schaut etwas traurig und verloren hinaus aufs Meer hinab in die Tiefe. Sie hat zwei wohlgeformte Oberschenkel, doch ihre Füße sehen aus wie Fischflossen. Na sowas, der Künstler wusste wohl nicht, wie eine richtige Meerjungfrau aussieht, denkst du vielleicht. Die hat doch oben den Körper einer Frau und ab dem Bauch einen großen, langen Fischschwanz. Oh, aber das wusste der Künstler Ilward Eriksen ganz genau. Denn diese kleine Meerjungfrau ist nicht irgendein zauberhaftes Meerwesen. Sie ist die Hauptperson in Hans Christian Andersens bekannteste Märchen. Und Hans Christian Andersen, das weißt du sicherlich, ist der bekannteste Dichter Dänemarks. Kurz, dieses Märchen ist weltberühmt. Sie ist voller Hoffnung und Sehnsucht, diese kleine Meerjungfrau. Kennst du das? Dass man sich etwas so sehr wünscht, dass es schon wehtut? Die kleine Meerjungfrau gibt fast alles auf und bekommt am Ende doch nicht das, was sie sich so sehr gewünscht hat. Aber jetzt fange ich mal an, dir das weltberühmte Märchen von der kleinen Meerjungfrau zu erzählen. Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blütenblätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist dort sehr tief. Tiefer als irgendein Ankertau reicht. Viele Kirchtürme müssten aufeinandergestellt werden, um vom Grunde bis über das Wasser zu reichen. Dort unten wohnt das Meervolk. Nun musst du nicht etwa glauben, dass dort nur der nackte, weiße Sandboden sei. Nein, da wachsen die wundersamsten Bäume und Pflanzen, deren Stiele und Blätter so geschmeidig sind, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, als ob sie lebendig wären. Alle Fische, klein und groß, schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, gerade wie hier oben bei uns die Vögel in der Luft. An der allertiefsten Stelle liegt das Schloss des Meerkönigs. Die Mauern sind aus Korallen und die langen, spitzen Fenster von allerklarstem Bernstein. Das Dach aber besteht aus Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem, wie das Wasser strömt. Das sieht prächtig aus, denn in jeder liegen strahlende Perlen. Eine einzige davon würde der Stolz einer Königskrone sein.